Es ist eine schöne Sache, dass wir heute 20 Jahre KPFE feiern. Es ist eine schöne Sache für die Kommission an sich und vor allen Dingen für die Schweiz, weil wir in unserem Land eine Gruppe von Personen brauchen, die sich wirklich für Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit engagieren. Und das ist diese Kommission allemal. Und wir sind auch als Akademie der Wissenschaften sehr dankbar, dass sie das auf sich übernommen haben.